Wie heißt ihr? Was führt euch her mit ihr? Ja, aus Griechenland. Dem Fremden, sagt man, kann man niemals trauen. Mein König durch Onkel Pelias hat mir befohlen, das goldene Vlies von hier zu holen. Hast du Angst? Warum? Wer trug der Wiebe? Sie reißen mich um, richten mich zu Grund. Sie spockten mir ins Gesicht und ich will immer mehr. Nimm her! Stellen Sie mich auf die Koba jetzt! Nimm nicht mit nach Jolkos! Nimm nicht mit nach Jolkos! Das überlebt die gnädige Frau nicht! Sie haben Angst vor dir, Bidea. Die anderen kriegen ja doch, was sie wollen. Ich kann König werden und endlich unsere Zukunft sichern! Ach so, du freist nicht die Frau, du freist die Krone! Bidea, ich habe dir mein Wort gegeben! Ja, der Sohn ist so lange mit dir ausgehalten. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Jetzt gibt es keinen Weg zurück. Das Rederwerk des Schicksals ist in Gang! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020